Ganz einfach gesagt suche ich nach Menschen da draußen, die gute Ideen haben im Digitalbereich und die interessant sind für unsere Produkte, die wir haben und machen. Ich glaube, das sind ganz einfache Antennen einfach, die man für einen Mensch braucht. Das ist ein Gefühl für einen Menschen zu entwickeln. Das ist eigentlich ziemlich einfach für mich zumindest. Das Know-how, was ich darüber lerne, von Entwicklern zum Beispiel oder ich komme einfach in Verbindung mit Technologien, von denen ich vielleicht noch nie was gehört habe, gewusst habe und die erzählen mir darüber. Und dann schaue ich, was machen wir denn da in dem Bereich und wie passt das, wie matcht das? Würde es für denjenigen vielleicht Sinn machen, mit uns zu arbeiten? Ich bin eigentlich ein Team-Mensch insgesamt. Also ich sitze zum Beispiel eigentlich auch bei den Entwicklern selber mit, weil ich mich da wohl fühle. Zur Zeit bin ich noch alleine, weil wir das gerade erst aufbauen, das ganze System. Ja, bei Remier sind wir gerade dabei. Es ist noch nicht fertig, aber prinzipiell ist es ein Lunch-Meeting mit internen, eigenen Mitarbeitern, dass man sich besser kennenlernt und extern mit Studenten von zum Beispiel der ETH. Ja. Sie ist für mich ein Teil einer lebenden Demokratie. Don't believe the hype. Ich habe keine Nase mehr. Okay, danke. Hurra, Herbst.